Now I'm on the outside Die Tage sterben wird Ja, ja Hast du den Amboss? Ich hab den Amboss, ja Okay, ich hab ein Schärfe 2 Schwert Das ist schon mal gut Ja, ich auch Wollen wir irgendwie noch weiter runter und noch ein paar Diaz farmen? Die Frage ist, ob wir jetzt entweder Level Also ob wir jetzt Level farmen Wollen Für Full Eisen verzaubern Oder ob wir jetzt lieber Diaz farmen wollen Und dann auf Diaz rüstung gehen wollen Ich würd meinen Wir gehen erstmal auf Diaz rüstung Die ist besser als die Ich glaub bis Schutz 3 Ist Dia immer noch besser Ja, das ist halt die Frage Weil ich weiß nicht Ich glaub verzaubern Geht jetzt erstmal schneller, wenn wir jetzt erstmal Alles verzaubern, oder? Weiß ich gar nicht unbedingt Ich verzauber erstmal alles random Wenn ich so alles Schutz 1 bekomme Wär es eigentlich schon mal ganz gut Dass wir schon mal Das Besseres haben Ich Verzauber einfach mal Ja, ich bin hier dem in der Nähe Okay Okay, das ist Schutz 1 Sehr gut Ich mach mir mal ein Steinschwert Um ein paar Mobs immer zu töten Falls wir angegriffen werden Da würde ich das gute Schwert nicht benutzen Im Ernst Ich kann nicht auf Level 1 verzaubern Nicht sehr doof Warte, so, so Immer noch auf Level 2 Da mach ich jetzt etwas anderes Das ist gelockt Das ist gelockt Warum? Keine Ahnung, das ist von Minecraft So, das ist jetzt erstmal gelockt Bis man was Äh, bis man da was Verzaubert hat Das ist richtig scheiße GG Ich höre irgendwie wieder Mops in der Nähe Ja, ich würde sagen Wir müssen auf jeden Fall Noch mal irgendwie ein paar Level farmen Lohnt sich schon In die Hölle zu gehen Weil Diastorn halt mega lange Weiß ich gar nicht Ich habe auf jeden Fall Eine weitere Höhle gefunden Okay, weil Das dauert halt mega lange Diastorn zu farmen Also Full Dia für uns zwei Es geht Wenn wir einmal Glück haben Sollten noch mehr mit Diaz Dann geht das relativ schnell Ich glaube Ich habe letztes Mal vielleicht eine Stunde gebraucht Okay Für Mehr als genug Eisen Äh, Diaz natürlich dann Ja, auf der richtigen Höhe sind wir schon Ich gehe mal hier weiter Hier sind noch ein paar Skelette Und hier ist irgendwo Hier ist eine Achso, das war nur ein Grafik-Bug Ich dachte schon Hä Hey, was Oh, da ist eine Hexe Scheiße, Scheiße, Scheiße Oh, sie ist schon gestorben Oh, tot Ein paar Spinnen Ah, klar bist du Oh, nee, das bist du Ne Hexe, Scheiße, ich bin vergiftet Scheiße Ich werde so sterben Ich werde sterben, Alter Ich schufe Ich schufe dich gerade Achso Rette mich, rette mich Scheiße, ich Die macht mir bis zum halben Herz Damage Ja Ich habe nur noch ein Herz Das war mega dumm Komm Komm Wenn du sie gekillt hast, sag mir Bescheid Oh, fuck, 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 fuck Kacke, nein Ich bin auch vergiftet Das war mega dumm Ja, und sie hatten nur noch ein Leben oder so Wir müssen uns hier irgendwie zubauen Ja Ich baue dich schnell irgendwie zu Oh Oh Ich habe schon fast einen Herzinfarkt bekommen Ja, wir bräuchten so alles Schutz ein, das wäre irgendwie nice Oh, ich habe ein halbes Herz Ja, ich habe ein Herz gerade gehabt Ist auch nicht viel besser Fuck Aber seit wann spawnen Hexen in der Höhle Äh, seit eins, sieben Ja Habe ich irgendwie noch nie gesehen Oh Kacke Das war schon extrem dumm Da war auch noch ein Creeper, der neben mir explodiert ist, ne Mhm Das war schon Heftig Also Ich würde sagen, wir farmen noch ein bisschen Dias Und dann müssen wir auch mal gucken, wegen Hölle Würde auch mal Ja Ja, bist du correct? Ich habe, äh, ja, sechs Herzen, sieben Herzen gleich Okay, ich bin voll Ich gehe schon mal langsam raus Ich höre die ganze Zeit ein Skelett, das macht mir Okay Wir können ja erstmal sonst Auf, dieser Höhe hier irgendwie farmen Nach Dias alles durchgraben Ja, Eisen ist jetzt eigentlich nicht so notwendig Nö Ich komme mal gar Den Crafting Cable von oben Okay Okay Ja, dann müssen wir jetzt hier Durchfahren, wir sind Höhe 12 Das ist eigentlich perfekt für Dias Ja Ich mache mal noch ein paar Fackeln Okay Nur um ein bisschen die Höhle auszuleuchten Ja Ja Also hier oben nur dieses Stück, wo wir jetzt sind Okay Oh, den haben, kennen wir ja irgendwoher Alter, wenn der, wir könnten ihn versuchen zu kriegen, aber ich weiß nicht welches, welche Rüstung der hat Ich auch nicht, nimmt er auf? Ich weiß es nicht Ich auch nicht, deswegen Kann man da ja auch nicht nachgucken Oh, da ist irgendwas Oh, hier sind andere Tunnel Ich glaube, die haben wir nicht gegraben Sag mal Könnte theoretisch sein, wir haben ein paar krumme Tunnel gegraben Ja Doch, ich glaube, das ist dein verwinkelter Gang hier Okay Ich gehe mal in die andere Richtung Ja, wir könnten natürlich versuchen, direkt in den ersten Kampf zu gehen, aber ich weiß nicht Mhm Wir haben noch nicht so gutes Equip, dass da etwas Bringen würde Ja, die Frage ist halt, ob er auch Album Rüstung hat oder besser Mhm Ich fahre mir einfach mal weiter, du kannst ja mal Einen anderen Gang, also hier Hier weitergraben, irgendwo Ja, ich Guck mal Irgendwie habe ich in diesem Projekt noch nicht so Glück mit, äh Dias Ja, okay, wir haben zweimal welche gefunden, aber Ja, das war noch nicht das Gelbe vom Mai Ja Ja Einem Scheißhaus In der Top 5 Ja Welche Höhe sind wir denn jetzt? 12, eigentlich Müsste noch irgendwo mal Dias sein Mhm Hier ist noch ein bisschen Iron Und nicht gerade das Beste Mhm Nehm ich einfach mal mit Nehm ich einfach mal mit So Mhm Ich werde endlich was finden Ja, ich habe hier montan auch nur Iron Also Also ich habe jegliche Sorten von Steinen gefunden Mö 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 Spitzhack Nehmt sich gleich zum Dem Ende Ich habe schon zwei verbraucht Oh Jetzt mach ich mir erstmal nur Steinspitzhacken für das normale Farm Was ist das? Das sehe ich in diesem Texture Pack gar nicht Ah, Kies Kies Also hier sehe ich auch nichts mehr Nur Kohle aber Oh der hat jetzt erstmal den Erfolg mit dem Ofen erzählt Wir könnten ihn natürlich versuchen zu killen jetzt Ja ich denke das war nur weil er jetzt Äh Das Achievement wieder mal bekommen hat Das ist ja nicht so Hm Hier ist grad Lava Hier könnte es gut sein dass hier Dias sind Und du willst kannst du mal kommen Hoffen wir es mal Ich habe mir ja nochmal drei neue Spitzhacken gemacht aus Stein Okay So Ich höre die ganze Zeit Spinnen Ey Das irritiert richtig Ja Warte Boah Ich Hier sind einfach keine Dias Ne Mhm Redstone Ja Wofür brauche ich Redstone Ich meine wir wollen ja jetzt nicht unbedingt eine Falle bauen ne Ja Ist ja ein bisschen zu heftig Heftig Ja Ich glaube wir sind auch ein bisschen zu blöd dafür Ja Also ich kenne mich nicht mit Redstone aus Nö ich selbst nicht ein Kumpel von mir aber Hm Ich baue jetzt einfach das Redstone ab weil ich da durch muss Ja und Level kriegst du ja auch davon Ja Gar nicht mal so schlecht oder Ich geh eigentlich Ja Ja Mittel Ja wir haben noch so zwei drei Minuten Ja Aber wir haben heute einfach gar nichts geschafft Huch ich hab mal einen Gang gefunden Oh Ja Wir müssen jetzt hier einfach diese scheiß Dias finden Geht doch nicht dass wir hier keine Dias finden Oh Ist ne Fledermaus gewesen Ne die gestorben ist Ja Weil dann könnt ihr sagen dass ich die grad getötet hab Der muss sinken in meiner Nähe sein Oh hier ist Wasser Hier gehts hoch und hier ist ein Skelett Soll ich da mal hoch gehen? Warum nicht? Ich hoffe nicht dass da oben jetzt ein Creeper explodiert aber ich falle ja eh ins Wasser Ja Eisen Ich hab echt kein Glück heute Oh was war das? Und Skelett glaube ich Hoffen wir es Ah ich seh den Namen da hinten Das müsste ein Skelett sein Wenn das ein anderer Spieler ist dann Ne das ist ein Skelett Ja das ist dein Name Okay Das schießt mich hier die ganze Zeit runter Macht mir natürlich keinen Schaden Oder wenig Schaden aber Es nervt schon Dass das mich hier die ganze Zeit runter schießt Ah ich hab's gekillt Das Lava Oh hier war grad Lapis Ich kann mal versuchen das ganze zu kriegen Hier ist natürlich auch Creeper Oder was heißt natürlich aber Ah hier ist das Wasser von dem du sprachst Ja Auf die Höhe sind wir jetzt 20 okay Also ein bisschen weiter runter wäre nicht schlecht Ich bin hier oben schon Ah jetzt bin ich wieder runter Ich fand ich Idiot Ja wir könnten aber mal da oben auch wenn es ein bisschen höher ist trotzdem mal gucken Ja Oder wir gehen Noch irgendwie suchen uns noch mal eine ganz neue Höhle Wo wir denken wo tatsächlich noch niemand war Ja Oh hier ist ein Enderman Habe ich mich grad erschrocken Ich erschreck mich immer vor diesen Dingern Alter da zittert so Ich erschrecke mich immer vor diesen Endermans Ja ich komm hoch Okay Ah hier oben ist noch ein Zombie Also sollten wir uns so langsam irgendwo einbauen Kommst du Ja Ja ich will hier weil hier spawnen grad Monster Oder jetzt sind grad Monster gespawnt Geh mal runter Ah du leuchtest aus okay Ja dann komm lass hier rein Okay Ja später können wir noch das Lapis abbauen ich denke Ja Also wir müssen nächste Folge auf jeden Fall farmen Und dann übernächste vielleicht mal Level Ja Ja dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge Ja Ciao Tschüss Und dann Pine yas